Hallo zusammen, ich bin Ivo Magnusson von der Global Wine und ich stelle auch heute nicht irgendeine Rioja vor, sondern die Selektion Especial von der Bodega Muga. Mit der Bodega Muga verbindet mich eine tiefe Freundschaft. Seit dem ersten Tag, seit es unsere Firma gibt, das ist jetzt seit 20 Jahren, arbeiten wir mit diesen Weinen zusammen und mit diesen Menschen und mit dieser Familie. Wir hatten unzählige Erlebnisse miteinander. Wir sind auf Mallorca in einem Seglerrennen gegangen, wir hatten Ballonfahrten über dem Marioja und unzählige, grossartige kulinarische Erlebnisse in Bilbao, in San Sebastian und in Madrid.